Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ganz schönes Effektfeuerwerk, würde ich fast sagen, was wir hier haben. Wir werden nämlich heute besprechen, wie stehen denn die Chancen über Bitcoin? Ich habe ein bisschen was zusammengetragen, im weiteren Tab habe ich noch die Marktkapitalisierung, wir haben den 200er Durchschnitt, wir haben unseren Aufwärtstrend, wir haben das 0,5er Fibo. Also, was wollen wir eigentlich noch, um zu sehen, dass Bitcoin absacken wird? Gut, darauf warten wir jetzt auch schon die ganze Zeit. Genau das werden wir nämlich jetzt auch nochmal besprechen. Beziehungsweise, was ist denn, und das ist die Frage aus der Community gewesen, worauf muss man denn jetzt achten? Und ihr seht schon, da oben ist eine verdammt große Anzahl an Dingen, auf die man achten könnte. Jetzt haben wir sowas wie Elliot Waves noch nicht mal mit reingenommen. Also, sei gespannt, wir schauen jetzt mal wirklich darauf, wir machen so ein bisschen Tabula Rasa und schauen, ein bisschen Klarheit für dich reinzubekommen, was denn jetzt irgendwie eine gute Strategie wäre oder was man sich zumindest mal anhören und anschauen könnte. Und damit alles Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute hier begrüßen zu dürfen. Ich mache mich direkt klein. Link zu meiner Telegram-Community findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du schon mal auf dem Weg bist, da ist ein lustiger Button, der heißt Abonnieren, glaube ich. Hoffe ich, weiß ich nicht. Also großer Button, roter Button, ich drücke da einfach immer nur drauf, wenn ich was gut finde. Wenn du das Video gut findest, bist du herzlich dazu eingeladen, das Gleiche zu tun. Aber selbst wenn ich, komm zu uns in die Telegram-Gruppe. Also richtig guter Content dort. Wie gesagt, nicht von mir, richtig cool. Aber ich möchte gerne heute etwas aufgreifen, was dort gesagt wurde. So ein bisschen die Verwirrung, was ich ja immer schon immer sage. Und worauf soll man denn jetzt achten? Und es gibt da sehr viele Dinge. Wir haben die gleitenden Durchschnitte. Ich habe ja eben gesagt, es gibt auch noch diese Elliot-Wave oder Elliot-Wellen-Theorie, die man mitgeben kann. Und man ist immer in seiner eigenen Bubble gefangen, in seinem eigenen Space. Deswegen sagen wir auch sowas wie über den Tellerrand schauen oder sowas. Oder ich habe, wir gehen einfach wissenschaftlich dran und sagen es einfach diesen Bestätigungsfehler. Confirmation Bias haben wir schon mal durchgenommen. Und deswegen, worauf sollte man achten? So viele Informationen wie möglich. Das kann man schon prinzipiell sagen. Immer gegenchecken, andere Meinungen einholen. Hat er das Richtige gesagt? Oder eben nicht? Also es gibt ja auch einfach die Sache, dass man von sich aus etwas erzählt, weil man denkt, das ist richtig. Zum Beispiel, wenn man in irgendeinem Trade drin ist und dann so, ja, das muss Long sein, weil man selbst kann ja nicht falsch liegen mit einem Long, weil man hat ja Geld investiert. Oder das Projekt kann ja nicht so doof sein, irgendwie der Altcoin, weil hat ja ganz viele Use Cases und so weiter. Zudem kommt natürlich jetzt noch mal vielleicht die Frage vorweg, sollte man fundamentale Dinge beobachten? Ja, sollte man. Alternativ würde ich sagen, nö. Ja, also ich komme ganz gut ohne fundamentale Sachen aus, beziehungsweise fundamentale Analysen mache ich, wenn überhaupt, zum Einstieg in ein Projekt. Ansonsten TA for the win und dann gerne irgendwas mit Durchschnitten, damit man nicht nur .L guckt. Egal. Große Rede. Machen wir weiter. Also, was man natürlich jetzt auch hat, ist, was man auch beachten muss immer, in welchen Zeiteinheiten schaut man denn? Na ja, macht man sich, wie hier das Bigger Picture sagt, es wird halt noch eine Weile dauern, wir sind hier im Daily Chart und so sieht es nämlich auch aus. Wir gehen jetzt nämlich nahtlos so halb in die Analyse mit rein. Dann siehst du nämlich unseren Aufwärtskanal und das hatten wir schon mal besprochen. Du erinnerst dich, da hatten wir besprochen, dass viele das so als Giant Bear Flags sehen, was dann irgendwann mal das hier zur Folge hätte. Na, für eine Bear Flags. Ich sage erstmal Aufwärtskanal und wir gucken, wie es sich ergibt. Denn was wir natürlich jetzt erwarten würden, ist nach diesem Ping-Pong-Spiel das hier. Könnte man jetzt aus dieser Position heraussehen. Und ich sage mal so, ich kenne das nur von diesem amerikanischen Militär, beziehungsweise diesen Sprichwort, wie das amerikanische Militär vorgeht. Von vielen Schüssen trifft einer. Das heißt, je mehr Informationen, in diesem Kontext jetzt hier heißt das für mich, je mehr Informationen man hat, desto besser. Denn was wir hier vielleicht ganz gut sehen, und ich habe hier, siehst du auch, mehrere Supports schon eingezeichnet, beziehungsweise Trendlinien seitwärts ist jetzt eine mehr hinzugekommen. Warum? Bitcoin macht aktuell eine Seitwärtsbewegung. Das können wir tatsächlich einfach nicht wegreden, zumindest hier im Daily Chart. Geht runter, pumpt, geht runter, pumpt, geht runter, pumpt. Und dass die Linien eine Bedeutung haben, brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie zu diskutieren. Ich habe das Ganze jetzt nochmal mit reingemacht. Und in Summe, so wie du es am Anfang gesehen hast, ist das schon nicht schlecht. Das ist auch das, was viele vielleicht in diesen Videos nicht sehen. Wir sehen uns ja täglich nur 10 Minuten. Es sieht für euch aufgeräumt aus. Also, das ist es ja auch. Es ist nicht ein Chartbild oder sowas, weil auch das habe ich jetzt gesehen, beziehungsweise habe ich mir auch schon selbst angeguckt, bin aber davon abgekommen, dass man jetzt irgendwie ein gleichschenkliges Dreieck, ja, die Linien sind nicht sauber, ich weiß, macht. Aber dann habe ich auch wieder sowas gesehen mit, und aufpassen, wie gesagt, ist schwierig, weil selbst wenn man sagt, das ist ein gleichschenkliges Dreieck, das ist halt in beide Richtungen möglich, 50-50. Das heißt, so, was ich gesehen habe, war als Alternative. Dann das hier, was ja eigentlich nicht stimmt, weil wenn, dann müsste man es so zeichnen. Aus meiner Sicht wäre korrekt her, wollen wir aber weglassen. Das heißt, lass dich erstmal nicht verwirren. Wenn du Fragen hast, was ist jetzt, worauf man achten sollte, schau einfach mal. Also, große Pattern, oder Pattern, habe ich ja schon öfter gesagt, ist nicht Bitcoins Ding. Schon seit längerer Zeit, also hier, wenn man hier einen Riesenboden sehen wollte, wie gesagt, dann wäre das hier in Bestätigung quasi der Ausbruch. Haben wir nicht. Dank, 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 Dank. Ab, ab dafür. Aber du siehst, macht schon irgendwie Sinn, wenn man die Linie oder der Punkt war schon vorauszusehen. Zum einen hatten wir gestern ja auch schon oder schon länger eben diesen Durchschnitt besprochen, plus eben diesen Aufwärtskanal, ich hatte es eben gesagt. Also, deswegen kann ich nur empfehlen, komm zu uns in die Community, stell deine Fragen. Aktuell sieht es eben so aus, sieht nicht cool aus, plus wir switchen jetzt nochmal zum CoinMarketCap und richten unseren Blick hier auf ganz an die Seite nach oben. Also, erst wenn da das MarketCap hochgeht, plus man muss natürlich sagen, wenn der Markt schwächelt, sprich die Altcoins nicht mehr so sexy sind wie früher und die Leute rausgehen, gibt es ja drei Möglichkeiten, wobei, Achtung, drei. So, Inglourious Bustards, okay. Also, entweder in Fiat-Währung umtauschen, in Tether umtauschen oder all the way in Bitcoin. Und Bitcoin profitiert davon. Wir erinnern uns, Gasrechnungen sollen jetzt auch in Rubel bezahlt werden. Warum wird der Kurs gestützt? Altcoins werden unsexy, Leute gehen wieder in Bitcoin rein, stützt den Kurs. Ja, deswegen weiterer Vorteil von Bitcoin. Muss man aber auch einfach mal im Hintergrund haben, warum. Ja, weil wir sehen, die Marktkapitalisierung ist jetzt nicht cool. Die ist maximal auf einem Plateau, was wir jetzt hier haben und was wir gesehen haben, ich kann es nochmal einblenden, ist hier der 3-Monats-Chart. Ja, wir sehen hier unseren kleinen Bullrun, was wir jetzt hatten, aber jetzt ist ein Plateau angekommen. Also, entspricht im Prinzip, was wir hier sehen. Bullrun, Plateau, gut ist. Und ansonsten haben wir unsere Key-Level, wir haben einen 200er-Durchschnitt, der hier ist. Wir erwarten immer noch, je weiter der Kurs nach oben drückt, dass der kleine Agile hier nach oben wächst, der grüne Limmel, dass wir dort den Support finden. Support-Linien hast du jetzt hier auch schon mal eingezeichnet. Also, so weit können wir gehen, so weit ist es im Prinzip das Video von gestern mit ganz, ganz viel Blablabla. Aber ich hoffe, es gibt mal so einen kleinen Round-Trip, was man so machen kann. Aber wichtig ist, Fragen stellen. Das wissen wir ja, wer nicht fragt, bleibt da dumm. So, wenn wir jetzt nochmal, ich packe ihn einfach mal aus. Beziehungsweise, kostet ja nix, machen wir weg. Und wir wollen es jetzt nicht allzu hässlich machen. Wir wissen ja, was wir machen, wir können es uns auch ganz schnell wieder herzaubern. So, als Bestätigung kann man dann zum Beispiel das hier noch sich holen. Und dann sieht man auch nochmal schön mit dem FIBO-Level, warum das eben hier als Widerstand agiert ist. Das haben wir auch schon seit Wochen und Monaten. Ich meine, spätestens, wann haben wir FIBO drin? Hier, Dezember letzten Jahres und aller spätestens 24. Januar hier unten. Dann habe ich Lord FIBO bestimmt schon mal ausgepackt in einer ähnlichen Konstellation. Und jetzt, hier im März, können wir uns das noch angucken. Also worauf sollte man achten? So viele Informationen wie möglich, bis man nicht mehr fragen muss, worauf soll ich achten? So einfach ist es. Oder einfach sich eine Strategie festlegen, ein Mindset. Wir hatten ja auch schon die Diskussion, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, ich mache das, was ich auf YouTube sehe und gut ist. Fair enough. Wenn du damit gut bist, fair enough. Darf man aber keinen, um englisch zu bleiben, no one is to blame. Niemand darf man dafür beschuldigen, wenn dann was passiert. Wir sind ja alle erwachsene große Menschen. Wir wollen ja erwachsen bleiben. Also, was wir jetzt aber machen, du siehst, sieht alles nicht cool aus. Wenn, dann brauchen wir wirklich eine Trendumkehr, eine Trendwende. Der Schock ist jetzt vorbei. Im Übrigen, Gold habe ich mir auch angeguckt. Ich sage ja, im Hintergrund passiert ein bisschen was. Ist auch eine Kurve. Also, wenn ihr Gold euch anguckt, dann werdet ihr ungefähr so eine Kurve sehen. Yay! Ungefähr das hier ist Gold. Aktuell. Also, auch dieser Kriegsschock ist vorbei. Alle rechnen irgendwie, oh, ich kenne Gold, ist total super. Versucht man 10.000 Euro oder einen kompletten Goldbarren irgendwie für ein Brötchen einzutauschen. Aber ist cool. Hat ja alles Vor- und Nachteile. Auch das ist es. Schwarz und Weiß ist nicht immer das Ding. So, Indicators. Heute ist irgendwie die Bubble-Folge. Es tut mir leid, aber Community Support gehört dazu. Wir machen auch nochmal this, damit wir uns das anschauen. Und auch dann, if you are doubt, zoom out. Wir gehen vom Kleinen ins Große diesmal. So, wir sagen zwar zoom out, aber gehen ins Kleine. Sehr schön gemacht. Aber hier sieht man auch mal schön ganz oben, ja, die Dr. Seidberg-Bewegung, die Kramm-Bewegung seitwärts. Alles cool. Als solches sehen wir hier, dass tatsächlich, also zumindest im 1-Stunden-Chart sieht es relativ gut aus. Die kleineren Einheiten darfst du dir gerne selber erschließen. Der RSI ist dabei, Bullish zu crossen. Könnte hochsteigen. Ja, MACD kann eigentlich auch schon wieder hoch, gell? Sieht so aus, als hätte er seinen Peak erreicht. Support finden wir hier. Haben wir schon mehrfach jetzt gefunden, nachdem wir unterkauft waren. Ich zeige es dir hier nochmal im Chart. Nachdem wir unterkauft waren, hier nochmal hoch. Aber der Support hat hier schon mehrfach gehalten und könnte auch hier halten. Beziehungsweise ganz aktuell ist es die Bullische Kerze. Nachdem es bestätigt wurde, kommt jetzt die Frage, ist das wirklich so? Und wir steigen zaghaft. Das höhere Hoch wird gebaut. Wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Kannst du dir angucken. So, sieht also erstmal nicht schlecht aus. Aber du siehst, wir haben jetzt alles besprochen in den größeren Zeiteinheiten. Welche Hürden noch dazwischen stehen. Und dem nochmal geschuldet ist, wir brauchen Marktkapitalisierung. Wir brauchen Pump. Wir brauchen frisches Geld. Ansonsten ist doch nichts. So, wahre Worte. Vielleicht, weiß ich nicht. Musst du entscheiden. So, ähm. Ballabalab. Also. Hier im 2-Stunden-Chart könnte sich anbahnen, dass wir den Knick tatsächlich nochmal nach oben bekommen. Ansonsten würde er draufdrücken. Du weißt ja, je höher der Timeframe, desto höhere Bedeutung hast. Aber desto träger ist das Ganze. Das heißt, der Pump nach oben sieht gerechtfertigt aus im 1-Stunden-Chart. Im 2-Stunden-Chart. Sieht es eher so aus, wir wollen den Support halten. Das heißt, ein Durchbruch jetzt mit der Candle ist eher unwahrscheinlich im 2-Stunden-Chart. So, gucken wir dann von oben. Das gleiche Spiel in grün. Hier sind wir aber dabei, bärisch zu switchen, nachdem wir eben das Ganze nicht geschafft haben. Wir haben wohl unser Key-Level geschafft. Ich mache es jetzt unten, das ist halt echt hässlich. Aber was ich dir sagen will, ist hier hinten, wir haben unsere letzten Lows erfolgreich endlich mal durchbrochen. Weil das haben wir hier nicht geschafft. Also den Pot haben wir jetzt schon mal geschafft. Deswegen, Entschuldigung, habe ich mich verklickt. So, einmal braucht man es, das ist nicht da. Hier will der Kurs bleiben. Und ungefähr das hier machen. Idealvorstellung. Nur damit ihr meine Gedanken oder du meinen Gedankengang nachvollziehen kannst. So, harter Dump über dem Key-Level. Wohl siehst du auch hier jetzt im 4-Stunden-Chart. Wir sind auch schon im 4-Stunden-Chart. Dürfen wir nicht vergessen. Ab da wird es plausibel. Ab da sind die ganzen Augen eben auf die Charts gerichtet. Jo, also, Candle sollte besser über unseren 45.500 bleiben. Und ja, es ist tatsächlich so, also wir können hier auch nochmal so, nochmal hier gucken. Da siehst du, diesen Wert haben wir fix eingestellt. Er ist gerade, es ist nichts, keine Kommazahl, kein fancy Stuff oder sonst irgendwas. Und irgendwie scheint sich der Kurs daran zu orientieren. Psychologie. Aber egal. Ich sag ja, wir Menschen sind einfach gestrickt, beziehungsweise selbst Bots und so weiter. Und selbst AI und Trainings dieser Software. Name entfallen, peinlich, egal. Ist einfach von Menschen gemacht. Ist einfach so. Pop, pop. So, wir sind im Daily. Und uuuh. Uuuh. Mh. Ah. Nicht cool. Ich hab ja gesagt, wir haben es uns ja schon vor Tagen angeguckt. Und nochmal, je höher man kommt, desto träger wird es, aber desto mehr Bedeutung hat das. Das heißt, es hat einen Sinn, warum wir uns das früher angucken, warum wir aber trotzdem sagen, so, hm, kommen wir mal später nochmal drauf zurück. Wir haben jetzt später. Auge drauf haben, wenn das Ding hier bricht, mal gucken, mal gucken, was dann der RSI macht. Sieht nicht, sieht erstmal nicht so cool aus. Warum? Ist halt auch echt überkauft, gell? Wir können mal gucken, historisch waren wir eigentlich nur fast höher bei unseren All-Time-Highs, gell? Wenn wir uns das jetzt mal gucken, wir holen uns das mal historisch ran. Ja. Eigentlich schon, gell? Wenn wir uns das so angucken. Also nur, also es geht mir um diese Stelle, mal auf plopp, so ungefähr, es geht mir um diese Stelle hier, schön klein markiert. Und wenn wir uns das mal so angucken, historisch wandern wir jetzt mal in die Vergangenheit, dann ist das alles unsere All-Time-Highs in diesem Überkaufen. Und dann kam ein großer Abverkauf. Hm. 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 Nicht so cool. Müssen wir aber noch irgendwie mal im Auge behalten, weil eigentlich wir haben nicht optimale Situationen und schon gar nicht für sowas, was ja nur Betrüger machen, irgendwie mit Bitcoin und so. Hallalala. Da müsste der Kurs ja schon längst weg sein und Gold, egal. Bisschen, äh, ist das Sarkasmus? Nein, gell? Äh, aber du weißt, was ich meine. Bisschen Geigenhumor vielleicht. Ja. Genau das Gleiche hier. Wir haben hier zwar diesen bullischen Schnitt in unserem Trend-Folge-Indikator, ich mache es dir auch nochmal groß, äh, kontrovers. Ich glaube, wo man hinguckt, ich verstehe schon das Problem, weil, äh, was wir jetzt auch sehen, ist dieser Druck, wir schaffen es nicht nach oben, ja. Mit diesem Freudigen, was wir mit den, mit den gleitenden Durchschnitten uns angeguckt haben, je länger wir oben sind, desto besser ist es und wir warten noch auf das Golden Cross. Was, aktuell, wenn der Kurs weiter runter geht, hier im McD zum Beispiel, könnte das hier passieren. Naja. Müssen wir einfach mal schauen, aber, puh, wobei, wir könnten vielleicht noch, na, das ist ja, ist etwas Träger der 200er vielleicht irgendwie sowas schaffen. Und dann geht es eben weiter, weil wir sind, auch hier nochmal zu beachten, im unterkauften Bereich. Na, habe ich schon, glaube ich, lange nicht mehr erwähnt. Und, wir sind jetzt hier im Weekly, man sieht mal, wie lange das tatsächlich ist. Ach, also, ja, sind wir schon ein paar Wochen hinterher, ne, indem wir hier sagen, dass unsere, unser Shrimp sich vervollständigt. Es tut mir wirklich leid, das ist ein Laber, äh, Laberding, aber es ist wichtig, dass wir heute das mal machen, weil ansonsten, ganz ehrlich, der Bitcoin-Chart ist unspannend. Und, wenn du von mir reißerische Sachen möchtest, außerhalb der Thumbnail, schreib es unten rein. Ich mache dir gerne den, äh, irgendwie den, den Entertainer und, äh, everything is game changing, this Bitcoin-Chart change everything, the dump, äh, the pump will be huge. Und was, mache ich dir gerne. Ansonsten machen wir das bitte nochmal. Wir sind im unterkauften Bereich, hier oben, worauf wir hoffen können. Ist das hier. Weil es sieht erstmal danach aus, dass der Kurs oder der stochastische RSI das hier machen möchte. Wollen wir nicht. Wir wollen vielleicht das hier. Das heißt, dafür würden erstmal die kleineren Zeiteinheiten sprechen, der Weekly eben dagegen. Das ist jetzt, glaube ich, schon mal ein ganz guter Zusammenpunkt. Wir haben ja gestern nur den Chart gemacht, heute die ganzen Indikatoren und alles drumherum. So, Monthly, das ganz große Kino, was wir jetzt hier haben im Monatschart. Hier siehst du unser Double Top, was jetzt erstmal weg ist. Hier schön siehst du diesen kleinen Aufkauf, kleiner Aufkauf, nachdem wir unseren Boden gefunden haben. Jetzt sieht der Chart auch nicht mehr ganz so verwirrend und unschrecklich aus mit diesen ganzen Balken, sondern wir haben unseren Pump. Wir haben zwei Tops gehabt und nachdem wir jetzt einen, also ich schreibe es ja nach unserem Pump, haben wir zwei Tops. Und nachdem wir jetzt einen Boden gefunden haben, geht es nach oben. So, jetzt habe ich es auch schön illustriert. Auch ein falscher Begriff, aber lassen wir jetzt einfach mal drin. So, und jetzt all the way up, um nochmal Englisch zu bemühen. Nochmal, ich zeichne es dir auch nochmal an. Hier unten, Roundabout, ist die Nulllinie. Und jetzt gehen wir all die Wege hoch. Wir haben die 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 5000, 8000. Eieieieieiei. Eieieiei, it's over 9000, zumindest war es das, mit dem überkauften Bereich im Monthly. Harter Tobak, aber du siehst auch hier bärischer Cross, das gleiche eben wie in kleinen Zeiteinheiten und eben der stochastische RSI im Großen. Was erstmal dafür spricht, seitwärts, wenn wir den Support richtig finden. Was uns unterstützen würde, Volumen. Nochmal, wir schwimmen in unserer eigenen Suppe. Es gibt einen Begriff, wenn nur Männer unterwegs sind, wie diese Suppe heißt. Die lasse ich jetzt erstmal weg und weil, ich habe ja schon gesagt, immer mehr Frauen kommen zu dem Thema. Und zumindest auf diesem Kanal kann ich es demografisch belegen, laut den Statistiken. Weil du weißt ja, YouTube ist eine kleine Datenkrake, da kann ich machen. Nichts dafür. So, ich glaube, das Bild lassen wir jetzt erstmal nach dem ganzen Geschwafel erstmal so auf uns wirken. Machen das aber trotzdem nochmal groß, damit du das siehst, was jetzt in den letzten Monaten passiert. Im Jahr im Prinzip, gell? März 2021 haben wir hier die Monatscandle. Das Ding da, das März, bis April. Ein Jahr Seitwärtsbewegung, wenn man so möchte, mit Support. Ja, keine normale Trading-Analyse, die wir jetzt gemacht haben. Erstmal so ein Verständnis, wie ich mich vorbereite, was ich so ein bisschen im Hintergrund mache. Nochmal zu verstehen gegeben. Ja, Verwirrung ist gegeben. Die ist nicht nur bei dir. Verwirrung ist gut, wenn man sie erkennt, weil man dann weiß, man muss vielleicht nochmal ein paar Infos einholen. Wenn man nicht eben das entsprechende Mindset hat oder die entsprechende Strategie. Es sieht alles nicht so cool aus. Es sieht eher danach aus, dass wir so ein bisschen weiter seitwärts gehen, der Druck weitergeht. Also diese Volatilität, die wir jetzt hier haben und das ist ja das, um meine Birne nicht wegmachen zu wollen, aber du siehst es, diese Aufkäufe und so weiter. Das ist eine harte Volatilität, die wir jetzt hier drin haben. Und nochmal, wir haben eine Situation, die sehr, sehr, sehr dergleich, die wir ungefähr vor 100 Jahren hatten. So lange ist es tatsächlich schon her. Es hat nicht 39 begonnen, sondern schon viel früher. Aber ähnliche Situation. Und unser Asset, was wir jetzt hier alle so lieben und kennen, hält sich so, so tapfer. Natürlich sind die ganzen Neider jetzt weg und sagen nichts. Und natürlich ist deine und meine Verwirrung auch groß. Was soll das? Aber ich glaube, du hast jetzt in diesem großen Ganzen gesehen, mach dich frei davon. Also löst dich ein bisschen davon, emotionslos reinschauen. Schau dir an, wo liegt deine Verunsicherung. Und ganz ehrlich, best guess. Du kannst es nicht herausfinden, was gerade los ist. Klar, es gibt Leute, die werden dir sehr, sehr glaubhaft machen können, dass sie wüssten, was passiert. Oder sowas. Mach dir deine eigene Meinung. Deswegen stress dich nicht. Lass gerne ein kostenloses Abo da. Du siehst, wir gehen den Weg gemeinsam. Und nicht verschwenden im Prinzip mal so ein Video. Ich sehe es als sehr, sehr wichtig an, dass wir mal auch darüber gesprochen haben. Eine kleine Analyse nebenbei haben wir gemacht. Ich weiß, manche mögen das Gelaber nicht, manche schon. Und für euch oder für dich mache ich das ja dann auch. Die anderen dürfen dann gerne morgen wieder einschalten. Denn dann gibt es wieder die gewohnte Chartanalyse. Und dann auch selbstverständlich vielleicht mal gucken mit Lord Fibo. Und damit, mach's gut.